Wir sind jungler, wir können mal fragen, hi, can I meet my best? Ansonsten, was können wir machen? Wir könnten Graves junglen mal. Leute, es ist jetzt offen, ihr könnt jetzt wetten, wer die meisten Kills haben wird am Ende des Games. Bei Gleichstand, bessere KDA, beziehungsweise weniger Tode. Also jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Sehr gut. Wir können erstmal die Teams an sich anschauen. Mega egelhaft, mega egelhaft. Geht, geht. Wobei Talia kann mega egelhaft sein. Warum Graves? Ja, ich weiß nicht. Ich war im Jungle. Warum nicht? Unser Team ist so, hm. Unser Team gefällt mir eigentlich nicht so ehrlich gesagt. Ja, vergiftet ihn ein bisschen. Ich hoffe, der resettet jetzt nicht. Wenn der jetzt resettet, dann hasse ich ihn. Danke. Also, naja, auf Graves kannst du halt legit wirklich jede Rune spielen, wo du Bock drauf hast. Das ist so insane. Das ist so absolutely insane. Komme ich über die Wand drüber. Sollte klappen, aber ich weiß, dass ich das eh verkack. Und selbst wenn nicht, kann sein, dass jetzt hier Party Alarm ist. Ja. Oh, guter Tag. Habt ihr noch Smite? Weiß man nicht. Fuck, Alter. Jetzt hab ich halt keinen Smite mehr hierfür, aber eigentlich kann ich die battlen. Das Problem ist, dass Ari fehlt. Ach, fuck, man. Fuck you all, you little ass. Okay, da haben wir einen Flash schon mal bekommen. Die Idee war cool. Ausführung war auch okay, aber hat nicht ganz gelangt. Leider. Ja, lol. Tontjot played mich, Leute. Na, ich mein, ich hab ja, ich hab den Blue nicht bekommen. Okay. Aber ich hab jetzt auch nichts verloren. Okay, ein bisschen Zeit vielleicht. Na, mein Smite, aber... Boy, das machst du nicht. Da kommen schon ganz viele Pings, aber den krieg ich erstmal. Den hol ich. Ich muss den so oder so erstmal machen, weil ich keinen Mann mehr hab. Sehr gut. Das Team ist auf jeden Fall da. Die Leute sind on fire. Die haben Bock. Das ist schon mal nicht schlecht. 2000 Jahre später. Nehmen wir doch den hier mit. Na, wir haben zwar noch nicht gegangt, aber it is okay. It is okay. Wir sind auch ganz dezent fortalieren, ne? So, wo ganken wir? Sollen wir erstmal Ghoulens nehmen? Oder wie machen wir das? So, wir sind da mit vier, sie auch. Sie hat aber nicht mehr so viel Appell. Wenn sie sich jetzt hier nochmal in den Jungle wagt, können wir sie vielleicht sogar getten. Was hat sie hier in Tontjot noch da? Irgendrum? Macht sie den? Nice, macht sie sogar. Later, bitch! Gebangt! Das Ding ist, Graves ist so stark im Counter-Jungeln einfach. Ich mein, ich mach das nicht mal gut, ne? Aber dieser Champ ist einfach so broken, was Counter-Jungeln angeht. Ich glaube, wenn du Graves gut drauf hast, dann kannst du mit dem richtig so auf 80% Win-Rate gehen. Wie sieht's unten aus? Noch even. Müssen wir mal vorbeigehen wohl. Aber ich denke, wir kaufen uns vorher mal ein bisschen ade hier. Leute, hier ist heute DJ-Tag. Ihr könnt auch gerne zum DJ-Pult gehen und sagen... Nur in so Hafensänger-Clubs. Da gehst du zum DJ-Pult. Ansonsten in so einem normalen, eigentlich nicht. Dicke Lippen, dicke Lippen, dicke Klinge. Infernal ist auch da, die müssen wir uns getten, Leute. Der gute Infernal. Kann der eigentlich Vision verlieren? Kann der mich da nicht angreifen? Der ist ja broken. Guckt euch den an. Der ist ja komplett gestört, der Gromp. Der brennt. So, wir gehen Botlane ganken, Leute. Können wir über den Lane-Gank gehen? Wenn wir Botlane killen? Ich hoffe, die haben keine Vision hier. Predicten, hoffen wir einfach. Oh nice. Beste Moment eigentlich. Guten Tag. Verdammte Axt. Brenn. Scheiße heiße, du. Ich meine, es war gut, dass ich hier war. Ne? Schlimmeres verhindert. Aber, ich glaube, Grace ist echt, also, GG der Champ. Eigentlich müsste ich mich mehr mit Grace beschäftigen. Habe ich schon mal eine kurze Zeit, aber habe nur geintelt. Sollen wir nochmal für den Gank hier unten gehen? Talia ist da. Vielleicht können wir ja was machen, Boys. Ich bin da. Ich habe nur keine Ult, aber ich habe Smite. Er ist geil, wenn ich da gewesen wäre. Ja, weiß ich nicht, du. Weiß ich nicht, du. Ich habe halt keine Ult. Aber ich habe Ultimate Hunter mitgenommen. Kann ich den machen, oder ist das super? Also, es ist super Greed. Vor allem, weil mir Mittler nicht da ist. Ich glaube, das wird nichts hier. Oder? Wird das wat, Leute? Weiß ich nicht. Leute, ich brauche jetzt hier auf jeden Fall Hilfe, sonst wird das nichts. Die scheinen keine Vision zu haben. Oder die warten, bis ich sterbe. Infernal Drake für Graves ist Boss. Infernal Drake for me, I take. Na, aber ich meine, ich kann mir das vorstellen. Stell dich mal vor, ich bin DJ, ne? Oder, ne, ihr seid DJ. Dann kommen halt ständig in solche, du bist halt nüchtern. Und alle anderen sind arschvoll. Und dann kommen wir, äh, warum ist das Lied dran? Und du hast so deinen Plan so, das Lied kommt geil an, das Lied kommt geil an. Wobei eigentlich in den meisten solchen, wo du, in den Clubs, wo du Lieder wünschst, kommen die meisten Lieder irgendwie nicht geil an. Aber, ne? Auf jeden Fall, so, hast du den Plan? Ja, ne? Das ist geil, das ist geil. Dann kommt zum Spaß und wünsch dich so, so ein richtiges, bekacktes Lied so. Wo keiner drauf abfährt. Midlane stirbt, not so nice. Midlane stirbt, not so nice. Talia oben, Action. Action Tegu, Aktie. Aktueller Damageführer, Ari. Killführer, ne, was heißt Killführer? Ein Kill. Frage ist, wo können wir, die hat nicht mehr so viel HP. Die könnte ich bürsten. Allerdings ist halt Ari in der Mitte. Aber die hat keine Ult, dürfte sie nicht haben. Ich komme, Bro. Perfekt. Perfekt. Den Boy auch noch. Ari kommt. Aber der hat bestimmt, ähm, Ruld. Aber der sieht mich nicht. Und Ari kommt. Ahem. Wuuuuh. Wuuuuh. Vier fehlt er nicht. Ein Out-Attack. Zwei. Ich habe halt, jetzt haben wir eine Dakaves-Seele. Nice. Out-Move. Schön. Wir sind super fett. 2-0. Oh, 2-0, 2-0, 2-0, Leute. Was ist denn da los hier? Ne? Knappes Rennen. Wir wollen es spannend machen hier. Wobei ja noch einige Kills fallen werden. Nicht viele. Der 450er nur. Also sollte ich rauskommen, die Personen, die auf mich gewettet haben, werden instant reich. Aber noch, ähm, ist ja nicht alle Tage hier. Wir können, Abotland ist gerade nicht da. Hier ist Thalia gerade. Oder? Oh, da kommt der Asher. Ja, nein. Was? Ah, ich habe sie gekillt. Und der Heal hat mich nochmal gegettet, Alter. Den lassen wir jetzt Lux. Dafür, dass sie mich gerade geheilt hat, kann sie das gerne haben. So, was kaufen wir jetzt? Hier gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, Black Cleaver. Vor allem haben wir dadurch mehr Ultimates. Mehr Ultimates sind mehr Kids. Oh, Ari, 3-0, Leute. Äh, Ari, Ash, meine ich. Leute, Ash, 3-0. Da haben auch die wenigsten mit gerechnet. Gut, dass ich euch nochmal gesagt habe, ihr solltet auf sie tippen. Wie viel hat sie jetzt? 1052 auf Ash. So, ich denke, der Hammer ist auch ziemlich gut. Auf Grapefruit Graves. Stormraiser, Scheiße, hätten wir auch gehen können, ja. Stormraiser, du kannst auf, du kannst auf Phantom Dancer gehen. Du kannst auf Graves wieder alles bauen, was du willst. Wenn der alleine bleibt, könnte ich ihn töten. Aber ich glaube, der geht noch weiter pushen, oder? Wenn nicht, könnte ich... Ah, der ist mit Sicherheit, ist der Agenda dabei. Obwohl, der Agenda ist nicht da. Nice, Leute. Nice. Guck mal, du bist jetzt... Later, sag ich da. Da kommt eine Delia. Delia, 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 Delia. Wir haben ja jetzt auch Cleaver. Dadurch haben wir... Guck mal, Ult ist gleich schon wieder ready. Frage ist, vielleicht kommt Delia gleich ja hier angefahren. Ich frage jetzt, ob hier Vision ist. Das weiß man nicht. Nein, ist nicht. Ja, later. 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 Ich glaube, ich werde Graves 1, 2 OTP. Hä? Sag mal. Sag mal, hä? Sag mal, hä? Guter Damage, aber. Frage ist, ob hier irgendwo... Later. Ich glaube, der ist noch durch meine Q gestoppen, oder? Hat die Ult noch Damage gemacht? Glaub nicht, oder? Weiß ich nicht. Na, Rip reicht nicht. Mann, wo Sinch? Bro, was macht der denn den ganzen Yordeltag da oben? Nice. Wieso ich? Wieso ich? Jetzt sind wir alle tot, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, later. Ha. Later, later. Da ist noch Ari. Oh, shit. Das funktioniert ja gar nicht. Aber ist okay. Oh, das ist okay. Die brennt aber noch. Later. Jetzt muss ich nur irgendwie was machen. Heilung. Habe ich Heilung? Oh, der macht ja gar keinen Damage. Was? Wieso über... Wieso überleben die mal mit 3 AP? Oh, die überlebt wieder mit 1 AP, alter. Gibt's doch nicht. Kann ich da drüber schießen, oder ist das eine Wand? Naja, ist eine Wand, kacke. Mit 1 AP überlebt die wieder, ey. Gibt's doch nicht. Oh, Tau ist weg. Das ging schnell als gedacht, ehrlich gesagt. Jetzt kommt... Naja, das ist Cockman Mg, Leute. Ich meine, wir haben Torbe, wir machen halt den Dreier-Split gerade. Latis, Quarta und jetzt einfach oben weitermachen, Leute. Obwohl... Oh nein, ich habe schon Goldsett-Split. Ah, schade. Hattest du mich noch gegettet, aber... Aber naja. Cockman, du Idiot. Schön. So, ich glaube, wir... Wen müssen wir honnen? Äh, ich glaube, zähnst. War auch eine gute Runde, war okay, kann man mit Leben. Ist schön, not bad. Not bad. Na, da kommt direkt der... Der will direkt zocken. Ähm, wir haben das meine, die meisten Kills, Leute. Damit, welcome. Äh, wir haben das Kills. Äh, wir haben das Kills. Vielen Dank.